Ja, fein! Ja, moin! Samstag! Also, manche haben mich ja schon mal gefragt, ob sie mich vielleicht irgendwo mal treffen könnten oder so, ne? Samstag ist die Gelegenheit! Könnt ihr dann auch direkt mal eben ein bisschen Schaufel und Chipkarre mitbringen? Weil, bei meinem BMX-Verein, äh, also bei meinem Verein, ähm, machen wir jetzt die Kurve. Also, da muss ganz, ganz viel gemacht werden und wir brauchen unbedingt Helfer. Und, ähm, wenn einer von euch, also wenn ihr Zeit habt und Lust und Zeit, dann könnt ihr gerne Samstag, äh, ab 10 Uhr vorbeikommen. Ähm, verlinke ich euch nochmal FunSport 7. Also, BMX FunSport 7, so, ja? Ja? Ja. Ähm, und, ja. Sonst noch was? War's das schon? Gut. Ähm, warte, warte, warte. Nicht auf. Er hat meine Mutti filmt gerade. Jonas ist nicht da. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wär nicht schlecht, wenn ihr euch vorher nochmal testet oder so. Also, ein Schnelltest. Ähm, weil Corona ist ja im Moment schon so ziemlich... Ich war jetzt auch erst in Quarantäne. Das ist schon... Muss nicht sein! Also, war schon kacke. Oh, die Scheiß-Sonne-Blende! Mann! Okay. Ähm... Tschüss! Ciao, ciao! WDR-NUSUK WDR-NUSUK WDR 2